Wie schon Ende Januar am Monte Gambarugno setzte die Feuerwehr auch am Donnerstag im Centovalli Löschhelikopter gegen den Waldbrand ein. Kiestone, Massimo Piccoli Der Brand oberhalb von Fadasio im Centovalli hat sich in der Nacht weiter ausgeweitet, sodass in der Zwischenzeit eine Fläche von rund 50 Hektaren betroffen ist. Ein Ende ist aber in Sicht. Der Brand oberhalb von Fadasio im Centovalli hat sich in der Nacht weiter ausgeweitet. Inzwischen brenne es auf einer Fläche von rund 50 Hektaren, sagte Tiziano Guarisco, Einsatzleiter der Feuerwehr Locarno, auf Anfrage von RSI. Zwei Ferienhäuser sind abgebrannt. Am Donnerstagmorgen hatte die Feuerwehr den Brand für unter Kontrolle erklärt, doch am frühen Nachmittag brach das Feuer plötzlich wieder aus und kletterte rasch den Berghang hinauf. Hatte man die Situation unterschätzt? Guarisco sagt, nein, wir haben keine Fehler gemacht. Das Wiedererflammen des Brandes wurde durch Aufwinde begünstigt, die typischerweise am frühen Nachmittag zwischen 12 und 13 Uhr entstehen. Diese seien sehr stark gewesen und hätten die Situation noch viel schlimmer gemacht, sagt Guarisco weiter. Seit dem Start des Helikoptereinsatzes und der Wiederaufnahme der Bodenarbeiten habe sich das Feuer jedoch nicht weiter ausgebreitet. Das Dorf hat kein Wasser mehr. Das Feuer hat die Leitungen vollständig zerstört und wir bemühen uns, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Die Bewohnerstern innen des Dorfes Fadasio wurden in Sicherheit gebracht. Bürgermeister Michele Turi zeigte sich optimistischer als noch am Donnerstagabend, die Häuser in Fadasio sind nun praktisch alle sicher. Doch am Donnerstag waren zwei Bauernhäuser in Flammen aufgegangen, sagte er. Alle bei Freunden, Familie oder im Hotel untergekommen. Die meisten der total 21 evakuierten Bewohnerstern innen hätten eine Unterkunft bei Bekannten, Freunden und Verwandten gefunden. Drei würden sich in einer Hotelresidenz in der Gegend befinden. Für eine Rückkehr sei es indes noch zu früh, das Dorf hat kein Wasser mehr. Das Feuer hat die Leitungen vollständig zerstört und wir bemühen uns, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden. Auch die Gemeinde Comino wurde vollständig evakuiert, weshalb die Bevölkerung gebeten wird, ihre dortigen Zweitwohnsitze nicht aufzusuchen. Sowohl die Kantonsstraße als auch die Centovalliner Bahnlinie bleiben auf dem Höhepunkt des Brandes gesperrt. Weil der Akeduk des Centovalliner ist, fehlt es nun an Wasser, um den Brand zu löschen. Deshalb müssten die Helikopter Wasser vom Lago Maggiore in die Hügel transportieren, sagte Guarisco. Acht Löschhelikopter standen am Freitag im Einsatz. Weiteres Wasser könnten Feuerwehrlastwagen ins Tal schaffen. Außergewöhnliche Trockenheit Bereits Ende Januar wütete im Tessin ein großer Waldbrand. Die Feuerwehr brauchte über zwei Wochen, um das Feuer am Montegamba-Rugno zu löschen. Verursacht worden war der Brand durch Fahrlässigkeit und Unwissenheit. Zwei junge Männer hatten ihr Lagerfeuer nicht richtig gelöscht. Die beiden Deutschschwützer müssen sich wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Schon damals galt im Tessin ein Feuerverbot im Freien. Im Südkanton hat es seit vergangenem November nicht mehr richtig geregnet. Der Winter 2021-2022 dürfte zu den trockensten seit Messbeginn zählen. Einige Gemeinden haben Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sparsam mit dem Wasser umzugehen und nicht dringliche Putz- und Wässerungsarbeiten aufzuschieben. Tiefer Pegelstand des Lago Maggiore Die Wintertröckenheit im Tessin hält an Der Pegelstand des Lago Maggiore ist tief, wie die Drohnen-Effnahmen zeigen. 25.03.2022 EVPF, SDA